Das Spannendste war, dass ein Glaubenssatz sich wirklich einer so Push aufgelöst hat. Ich bin an einem Infoabend hier gewesen, das war sehr spannend, die Atmosphäre war genial, war ganz toll. Und dann habe ich mich angemeldet für das Seminar Berufung und ich bin da hingegangen, bin am Abend nach Hause gegangen und dachte, es ist wie überall, ich mache viele Ausbildungen, aber so richtig hat es nicht gemacht. Und dann am Morgen, als ich erwacht bin, ist dann das große Erwachen gekommen. Also ein Glaubenssatz, den ich schon lange hatte und auch wusste, dass ich ihn habe, hat sich wieder gezeigt und doch, es war einfach anders, es war gelöst. Ich bin dann auch wieder hier im Seminar gekommen und ich habe das dann dem Jörn erzählt und dann hat es noch eine Welle gegeben und seit da an ist das Thema einfach gelöst. Ich arbeite als Hypnose-Therapeutin und nehme Matrix zum Öffnen. Mich fasziniert das Ganze, weil man nicht grübeln muss, man muss nicht die Leute quälen, sondern es geht sehr schnell, sie öffnen sich, es wird leichter für die Menschen. Sie wissen auch nicht, was passiert und merken aber, es ist irgendetwas anders. Also die Methode ist wirklich, in der Schweiz sagen wir, zu gleichfach. Ja, es ist wirklich ganz einfach, jedes Kind kann das erlernen. Also wenn da einem Kinder zuschauen würden, die würden das gerade aufschnappen, und es ist wirklich einfach. Was mir aufgefallen ist, dass Authentizität da ist, dass es einfach menschlich ist, es muss nicht irgendetwas gezeigt werden, was nicht da ist, es ist für mich wirklich authentisch. Also der Jörn und auch die Elena, ich finde die Weide ganz toll. Die wachsen auf und sind einfach da und geben ihr Bestes und das spürt man. Es ist einfach toll. Liebevoll, liebevoll und respektvoll, genau. Ja, ich möchte den Menschen mitgeben, dass sie sich das mal wenigstens einen Infoabend anschauen, genießen, kommen, auch da bekommt man schon sehr viele Informationen. Und wer weiß, vielleicht machen sie dann weiter, aber dass sie mal das Konzept sehen, dass sie mal die Menschen hinter Matrix-Energetik kennenlernen und auch für sie eine neue Welt öffnen, vielleicht. Ja, ich möchte den Menschen mitgeben,